Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial, einer ganzen Tutorialreihe. Ich zeige euch heute, wie ihr ganz einfach ein Indoor-Portal bauen könnt. Dies ist ganz einfach, nämlich, apropos wir sind in der Version 1.11.2, damit ist das die neueste Version. So, ihr geht einmal her und baut so einen Kasten. Ja, ihr solltet, ups, das war falsch, ja ihr solltet so ein, ja wie nennt man das, Viereck, also in der Mitte haben. Ich zeige es euch mal kurz, könnt ihr kurz stoppen das Video, könnt ihr nachbauen. So, ähm, dann, ja, setzen wir hier die Indoor-Portal-Rahmen drauf, aber in diese Richtung, ja, in der ihr seid. Ich muss gerade mal gucken, hab ich falsch gebaut? Ich weiß nicht. Ähm, ja, wir werden es ja gleich sehen, ob ich falsch gebaut hab. Ja, so einen Block entfernt davon. So, ich zeige euch auch übrigens heute, wie ihr in, ähm, zu den Schalkern kommt, nämlich das wissen auch nicht alle. So, dann füllt ihr hier unten Lava rein, sodass alles schön ausgefüllt ist. So, das sollte dann so aussehen. So, dann nehmt ihr die Ender-Augen, ja, ihr braucht nämlich mehrere dafür. Und ihr legt sie so, dass sie in das Portal schauen. Ja, jetzt mal ein bisschen höher fliegen, sonst bin ich in dem Portal drin. So, und ich habe fürchtet, das war falsch. Nämlich, der Kreis darf nicht so groß, sag ich mal. Der muss diese, ja, der muss diese Größe haben. Also, tut mir leid, der muss diese Größe hier haben. Ja, das ist eine größere Variante, die geht aber nicht. So, dann machen wir das Gleiche nochmal. Die Ecken müsst ihr nicht ausfüllen, könnt ihr, bringt aber nicht. Also, es geht dann, es macht halt nichts. Die Ecken sind völlig wurscht. Und, ähm, ja, dann legt ihr die Ender-Augen so wieder rein, dass sie auf euch gucken. Lasst mal eins am besten frei, macht die Lava unten rein. Ja, das ist so, dass ihr in der Mitte neun Kästchen habt. Am Ende soll das so aussehen. So, dann zieht das Ender-Augen einmal rein. So, und fertig ist das Ender-Portal. Ja, das ist falsch. Das, ähm, das können wir gleich mal in die Luft jagen. Vielleicht kommt bald eine Serie, die heißt Minecraft Kabu. Da lade ich Sachen in die Luft oder Minecraft Exploding oder so was. Ja, das können wir gleich mal in die Luft jagen. Das ist falsch. So, dann gehen wir hier in das Portal rein. Einmal rein. So, dann sind wir hier. Oh, es lädt gerade. So. Bei dem Ender-Drachen. Jetzt fragt man sich, wie kommt man zu diesen Schallkonten? Die sind hier nicht aufzufinden. So, warte. Ich muss kurz mal den Drachen leiser machen. So, hört man den so. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Ich kann mal das Portal, kommen wir aber nicht zurück. So, in irgendeiner Ecke dieser Insel. Ja, die Insel ist ja nicht, ist ja nicht unendlich groß. Das ist ja nicht die Insel mit dem Ender-Drachen. Ja. So, ich suche mal gerade das Ding für euch. Dann sehen wir uns gleich wieder. Gut. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz gefilmt haben. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich bei diesem Schallkonten bin. Und wie ich da hingefunden habe. So, nachdem ich den Ender-Drachen besiegt habe, was man eben gesehen hat, erscheint hier so eine kleine Plattform. Ja. Dazu braucht man Ender-Perlen oder halt Blöcke, denn man muss sich, also zeig's mal. Also, am besten, man baut sich hoch. Was war das? Achso, das war die Ender-Perle. Okay. Also, hier gibt's so ein Teil. Ja, da baut man sich erstmal hoch. Das ist blöd, ich hab's hochzubauen. So, noch ein Stückchen. So, wenn man auf der Höhe von dem Teil ist, sieht man das. Da kommt man nicht einfach rein. Da wirft man eine Ender-Perle rein. Und dann erscheint man hier. So, und wenn man hier ist, sieht man schon diese ganzen Pflanzen hier. Und jetzt liegt es an euch. Jetzt müsst ihr suchen gehen. Wenn ihr so eine Burg haben wollt, die spawnt nicht direkt vor eurer Nase. Also, bei mir war's noch nie so. Ich würd mal sagen, ich such mal kurz eine und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Das ging recht schnell. Wir haben hier eine, ja, Schalker-Festung. Wenn man in Survival-Mode in die, oh, klebt. Ja. So, wenn man in Survival-Mode in die Reihen geht, muss man sich auf ganz schön was gefasst machen. Denn hier drin sind Schalker. Ja, ich werd jetzt mal hier hochziehen. Und, ähm, ja. Ich wechsel dann mal kurz in Survival-Mode. Und dann, da könnt ihr mal sehen. Also, wir wechseln jetzt mal in G-Mode 0. So. Jetzt schießen die Projektile auf mich. Und ich fliege. Das bedeutet, ich muss hier drauf landen, da bin ich gestorben. So. Das war's von meinem kleinen Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und, ja. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und, ja. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, ob ich euch weiterhelfen konnte. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Und, danke fürs Zuschauen. Tschau. Tschau. Tschau.